So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 3. Und wir müssen irgendwelche weiteren Notizbücher finden. Aber ich frage mich gerade, wo die sein sollen. Kann ich hier oben? Warte mal, wenn ich hier... Ne, hoch... Da kann ich nicht hoch. Nein, schade. Schade. Ich dachte, vielleicht wäre hier oben noch ein Notizbuch. Ach, warte, 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 warte. Hier. Okay. Oben ist nix. Ähm, hm, hm. Hier irgendwo was? Nee. Was empty on the run? Notizbuchherr. Okay. Okay. Ich springe mal da rüber. Schlafen wollte ich eigentlich nicht. Ich hab aber kein Feedback. Ja. Muss ich wieder hoch zum Dings, oder was? Wie kam ich denn da hoch? Warte mal. Ähm. Ähm, 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 hier? Nee. Och man, ich weiß es nicht mehr. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah. Wow. Ich kann eigentlich verdammt hoch springen. Okay. Hat der noch mehr? Hallo? Ähm. Hm. Hm. Okay, nee, der hat keine weiteren Notizbücher. Ich muss zu den anderen in die Hütten. Hier runter. Jetzt geht's wieder hoch. Hier rüber? Nee. Ist falsch. Oder? Oder? Hm. Wie komm ich denn zu den anderen? Wie komm ich zu den anderen in die Bühne? in die Bühne? Wie komm ich denn zu den anderen in die Bühne? Wie komm wir denn zu den anderen haben? Ich kann es nicht spy vor. Jetzt nicht wieder von mir. Hier. Where is already my friend? Ify? Was rails? Yo. Boah, wie geht's aussehen. Hm. Hier? Warte mal, was ist denn hier? Oh. Hier liegt noch was. Was ist das? Hm. Hier rein. Hier. Oh mein Gott. Hier ist auch nix. Oh. Oh, 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 oh. Ist das? Hey Doc, ich habe den Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein, alles klar. Wo ist der Safe? Hier scheinbar nicht. Das ist der Kühlschrank, der eigentlich umgemodelt wurde zu einem Bücherregal. Das ist der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank. Da hoch kam ich nicht. Warum auch immer. Das ist der Kühlschrank. 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 Och, Mensch. Nee? Ah. Okay, ich dachte für einen kurzen Moment, ich krache jetzt da runter. Okay, hier geht es nicht mehr weiter, oder? Hier, warte, warte, warte. Oh mein Gott, ich meine, warte, warte, warte. Okay, ich meine, warte, warte. Oh Mann, jeder. Da komme ich nicht weiter, so ein Mist. Ich muss wieder runter. Okay. Aber wie komme ich denn jetzt in die... oberen Gassen zu wohnen? Ja, lang? Ja, lang? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF, 2020 Ich irre gerade nur in der Gegend rum. Ich weiß nicht. Da geht es auch nicht weiter. Okay, das ist das. Hier hoch noch mal. Da hoch. Da hoch. Okay. Hier vielleicht? Ich bin gerade etwas überfragt. Wie komme ich jetzt da hoch? Springen kann ich da nicht rüber. Okay. Mmh. 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 Okay, dann bin ich wieder bei dem Typ da. Okay, dann bin ich wieder bei dem Typ da. Hm. 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 ok kann ich denn nicht hier raus irgendwie was ist das denn jetzt da oben war ich schon ja 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 Hey, da komm ich nicht weiter. Oh mein Gott. Hier? Hm. Ich bin gerade echt überfragt. Oh mein Gott. Okay. 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 Oh mein Gott. Okay. Okay, warte mal. Ich irre hier nur rum. Das ist das. Kann ich bei denen irgendwie rein? Okay. 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 ach das könnte moment der digitale code das ist doof wie 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 was wo wie 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 warte mal war man 0 und 1 oder 9 und 1 Ja. Och Mensch. Mensch, ich glaube, wie falsch geht hier rum. Ich glaube, wie falsch geht hier rum. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge und danke fürs Einschalten. Bis dennne. Ciao, ciao.